Für Hilfe bei der Arbeit, finde den passenden Freelancer auf Fiverr oder beschwere dich einfach weiter. Und? Schrecklich. Ganz, ganz schrecklich. Was? Talentmangel. Macht uns fertig. Fände Jobprofile, keine Mitarbeiter, kein Karten. So, ich meinte eigentlich... Mama, kannst du mir mal... Nee, kann ich nicht. Noch nicht mal einen guten Programmierer kann ich finden. Oder kannst du einen Data Entry Script in Python schreiben? Ich bin ja sechs. Ja, machen wir alle mal. Man findet einfach niemanden mehr. Ja. Keiner will mehr Fulltime arbeiten. Tja, vielleicht ist Fiverr doch die bessere Wahl. Soll ich euch mal erzählen, was mir heute im Büro passiert ist? Keine Arbeitsgespräche beim Abendessen. Bitte.